Was verkaufst du? Welche Leiden heilst du so? Magengeschwüre, Reflux, Schmerztabletten und sowas. Die haben alles. Hört sich nicht so toll an, oder? Ich streng mich an. Anstrengung. Anstrengung, ja. Ich hab es immer noch nicht verstanden. Wie kann man im Leben etwas ohne Anstrengung erreichen? Was möchtest du denn erreichen? Broterwerb. Halt einen Einkommen. Darf ich dich was fragen? Magst du eigentlich deine Arbeit? Wir haben uns gerade erst getroffen. Was hast du vorher gemacht? Ich hatte eine eigene Agentur. Ich hab Todesanzeigen verkauft. Todesanzeigen? Solche in Zeitungen. Unser tragischer Verlust. Sowas. Wirklich? Wie süß das ist. Wie süß ist das? Pardon, sehr süß. Ja, verzeih. Tut uns leid, wir sind doch. Nichts für ungutes, war nicht nett von uns. Dich so direkt auszulöpfen. Sagt euch ruhig tot, dann hab ich was davon. Hätte ich. Damals. Na ja.